Darüber, wie Österreich auf diese Gefahrenlage reagieren soll und muss, wollen wir heute Abend auch im Studio sprechen. Meine Gäste dazu sind der Wehrsprecher der Grünen, David Stöckmüller, und zugeschalten aus Salzburg der Wehrsprecher der Freiheitlichen, Volker Reifenberger. Guten Abend an Sie beide. Guten Abend. Schönen guten Abend, hallo. Herr Stöckmüller, bleiben wir gleich bei diesem Thema, wo jede Person in Österreich gleich einmal gemerkt hat, wie schnell es ernst wird, als Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Da sind die Gaspreise bei uns gleich einmal doppelt so teuer geworden. Und die Ressource Energie ist auch etwas, was in der neuen Sicherheitsstrategie anders behandelt werden soll, nämlich wie man die besser absichert als Österreich. Nur dieses Dokument neue Sicherheitsstrategie gibt es noch nicht. Und die ÖVP sagt, das liegt daran, dass die Grünen das Konzept Energiesicherheit noch nicht fertig ausgearbeitet haben. Wo bleibt denn das? Das Konzept gibt es, das Konzept wurde auch schon übermittelt. Für uns Grüne ist klar, wir wollen fossile Energie rausstreichen, wir wollen nicht mehr abhängig sein von irgendwelchen Dispoten. Für uns ist klar, wir wollen eine Sicherheitsstrategie, wo Russland nicht mehr der strategische Sicherheitspartner ist. Dass die ÖVP hier noch im fossilen Denken ist, das zeigt sich damit wieder. Für uns ist klar, wir wollen das auch weiter treiben. Und wir wollen, dass auch in Zukunft die Österreicherinnen und Österreicher oder für die Österreicherinnen und Österreicher klar ist, dass sie in Zukunft eine warme Wohnung haben, Energie haben und das erneuerbar und mit erneuerbaren Energien. Herr Reifenberger, Russland ist ein gutes Stichwort, weil in der bislang gültigen Sicherheitsstrategie aus dem Jahr 2013 heißt es, dass Russland ein wesentlicher Partner sei und Österreich diese Zusammenarbeit auch aufwerten müsse. Jetzt trotz aller Nähe der FPÖ zu Moskau im Laufe des vergangenen Jahrzehnts. Ich gehe mal davon aus, ein solcher Satz ist auch für Sie keine Leitlinie mehr, oder? Also ich möchte mal diese Nähe zu Moskau von Haus aus schon mal bestreiten. Sie spielen hier auf einen Vertrag an, den es längst nicht mehr gibt und der auch nie in der Vergangenheit mit Leben erfüllt wurde. Aber Sie haben vollkommen recht, natürlich ist diese alte Sicherheitsstrategie, die über zehn Jahre alt ist, nicht mehr aktuell und das zeigt sich ganz gut in diesem Punkt. Es ist aber auch zu sagen, dass von dieser neuen Sicherheitsstrategie, die hier angeblich im Entwurf schon vorliegt, ich nicht wirklich viel dazu sagen kann, weil wir als Parlament hier noch keine Einsicht bekommen haben. Allerdings, Herr Reifenberger, also nur mal um das klarzustellen, es gab ja dieses Kooperationsabkommen mit der Partei Einiges Russland. Sie sagen, das ist nie wirklich in Kraft getreten. Darüber wollen wir jetzt nicht groß diskutieren. Jetzt heißt es aber auch, Sie haben nichts zu sagen über die Sicherheitsstrategie, aber die Regierung meinte ja doch, dass man Sie auch mit einbeziehen will. Hat das nicht stattgefunden? Gab es keine Gespräche? Also da haben Sie mich voll verstanden, wenn ich sage, wir hätten dazu nichts zu sagen. Wir werden sehr viel dazu sagen, nämlich dann, wenn die Sicherheitsstrategie ins Parlament kommt und wenn wir hier ordentlich eingebunden sind. Bisher gab es in Wahrheit nur eine sogenannte Expertenbeteiligung. Das war aber nichts anderes als eine Farce. Wir hatten jetzt zwar die Möglichkeit, zwei Experten zu benennen für die Erarbeitung der Sicherheitsstrategie. Allerdings, diesen Experten hat man keinen Einblick gegeben in die Dokumente. Die haben bis heute noch nicht den Entwurf zur Sicherheitsstrategie gesehen. Alles, was man den Experten gezeigt hat, waren allein die Überschriften. Und wenn man hier Experten so einbindet, dann ist das nichts anderes wie ein Feigenblatt, um so zu tun. Es wäre das irgendwie ein Prozess, wo man hier andere Parteien und Experten hätte einbinden wollen. Aber in Wahrheit hat man es nicht getan. Herr Stöckmüller, das sind jetzt schon ziemliche Vorwürfe. Sie haben ja versprochen als Bundesregierung, man wird die Opposition da auch ordentlich mit einbinden. Ganz klar. Wir wollten die Experten und wir haben die Experten auch eingebunden. Das hat viele Expertenrunde gegeben. Es hat auch mit den Wehrsprechern und Innsprechern entsprechende Runden gegeben im Parlament und auch im Bundeskanzleramt. Die FPÖ hat sich daran nicht beteiligt, weil ganz klar, sie wollen eines. Sie wollen eigentlich eine Neutralitätspolitik, die was Isolation bedeutet, die quasi das Anbiedern an Putin bedeutet, das Nähern Orban. Das ist das, was die FPÖ will. Dafür stehen wir nicht. Dafür stehen auch die anderen Parteien ganz offen nicht, denn sie haben sich aktiv daran beteiligt. Und das ist auch gut so, denn die Sicherheitsdoktrin bedeutet nämlich quasi die Sicherheit von uns allen, von den ganzen Österreicherinnen und Österreichern. Das ist wichtig, dass hier etwas weitergeht, dass hier auch die Risiken nämlich auch besprochen werden, wohin wir steuern, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch am Tableau ist, wo Gefahren herrschen. Und das muss eine große Antwort sein, ob es die Energie ist, Umweltkrisen sind, ob es die Gefahren im Cyberraum sind. Das sind die Gefahren, über die wir reden wollen und nicht einfach den Kopf in den Sand stecken, was ja die Festung Österreichs bedeutet. Dann machen wir es nochmal konkret. Entschuldigung, aber da muss ich dem Kollegen Stöckmüller insofern schon widersprechen. Wir haben uns sehr wohl an dem Prozess beteiligt, soweit man es zugelassen hat. Unsere beiden Experten haben an allen Sitzungen teilgenommen. Nur das Problem ist, im Gegensatz zu den Experten der Regierungsfraktionen hat man unseren Experten keinen Einblick in diesen Entwurf der Sicherheitsstrategie gewährt. Und wie soll ich zu etwas Stellung nehmen, wenn ich den Inhalt nicht kenne und wenn mir nur Überschriften gezeigt werden? Also wir müssen schon bei der Wahrheit bleiben. Gut, ich glaube, das können wir festhalten. Herr Stöckmüller, jetzt machen wir es aber doch einmal konkret zu den Plänen. Österreich will ja seine Sicherheit unter anderem auch mit Sky Shield erhöhen. Da investiert man gemeinsam mit europäischen Partnern in Luftabwehrsysteme und tauscht auch Informationen aus. Ich bin ziemlich sicher, Herr Reifenberger wird Ihnen gleich darlegen, dass das aus seiner Sicht ein grober Neutralitätsbruch ist. Wieso ist denn Österreich nicht in der Lage, den Luftraum selbst zu überwachen und zu verteidigen? Weil es Sinn macht, dass die europäischen Union und die europäischen Staaten zusammenarbeiten. Es macht keinen Sinn, dass Österreich Milliarden, zig Milliarden, also da reden wir von 10, 20 Milliarden Euro, in eine Luftraumüberwachung stecken können, was nur halb so gut ist. Sondern es braucht hier effiziente Zusammenarbeit mit den europäischen Staaten. Auch die neutrale Schweiz ist dabei und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und ganz klar ist für uns, die Neutralität wird dabei nicht berührt, es wird keine fremden Truppen im österreichischen Gebiet geben, es wird keine fremden Raketen geben. Sondern ganz klar ist, Österreich wird Herr sein darüber, ob wir auf den Knopf drücken und ob Raketen abgeschossen werden oder nicht. Das ist ein Faktum. Und dieses Geistgespenst, was die FPÖ irgendwo in den Raum stellt, ist genau das, was sie wollen. Die Europäische Union spalten. Dafür stehen wir nicht bereit, sondern wir wollen eine Europäische Union, die auch Sicherheitspolitik ernst nimmt. Herr Reifenberger, Sie werden kaum einen Verfassungsexperten finden, der sagt, dass Sky Shield mit der Neutralität in Österreich nicht vereinbar ist. Das ist kein Militärbündnis, es gibt keine Beistandsverpflichtungen. Wieso verwehren Sie sich denn so gegen die Zusammenarbeit, wie Sie Herr Stöckmüller jetzt auch beschrieben hat? Das stimmt von Haus aus schon mal nicht, was Sie hier sagen. Es gibt sehr wohl Professoren, die das kritisch sehen. Ich zitiere nur meinen eigenen Völkerrechtsprofessor von der Universität Salzburg, Professor Geistlinger, der das sehr kritisch sieht. Aber es gibt auch Professoren in Innsbruck zum Beispiel, die das sehr kritisch sehen. Und wenn wir uns das anschauen, dieses Sky Shield ist kein EU-Projekt. Sky Shield ist ein Projekt im Endeffekt von NATO-Staaten. Wenn wir uns diesen Letter of Intent, den Ministerin Tanner hier im Juli letzten Jahres unterschrieben hat, ansehen, dann sehen wir hier, das sind nur zwei Seiten und ein Deckblatt. Dass auf diesen zwei Seiten und einem Deckplatz 13 Mal das Wort NATO vorkommt. Und schon die Überschrift von diesem Sky Shield, ist ja nur eine Abkürzung, ist, dass hier drinnen steht, dass die Sky Shield dient der gemeinsamen Luftabwehr des europäischen Arms der NATO-Staaten. Also das ist eindeutig ein NATO-Projekt. Und wenn man sich hier beteiligt, dann ist das ein quasi Beitritt zur NATO durch die Hintertür. Ich verwehre mich nicht gegen einen gemeinsamen Einkauf. Also ich habe nichts gegen die Luftabwehr per se. Ich bin nur dafür, dass wir das national, staatlich, eigenständig betreiben. Wir können gemeinsam einkaufen, wobei ich mich schon frage, wofür ich da Sky Shield dafür brauche. Es gibt die Europäische Verteidigungsagentur, die EDA, die genau für sowas gegründet wurde, dass man hier günstiger in einem großen Rahmen zu solchen Rüstungsgitern kommt. Ich verwehre mich auch nicht gegen eine gemeinsame Ausbildung. Aber wo gehe ich mich verwehre, ist gegen einen gemeinsamen Betrieb eines Raketenabwehrschirms, wo wir dann österreichische Radardaten aus dem System Goldhaube hier einspeisen und damit ein Verbund werden. Und das ist sehr wohl ein Verteidigungsbündnis. Es ist nämlich nicht Kriterium eines Verteidigungsbündnisses, dass es eine Beistandsverpflichtung geben muss. Und dass wir hier in dieses System Sky Shield unsere Radardaten einpflegen und damit automatisch im Konfliktfall eines Mitgliedstaates zu einem Hochwertziel werden und dann vielleicht unsere Radaranlagen hier ins Visier kommen. Und wenn Sky Shield alternativlos wäre, dann frage ich mich, sind die anderen Staaten sozusagen da alle auf den Nudelsuppen dahergeschwommen? Italien ist nicht dabei, Spanien ist nicht mehr dabei, Polen ist nicht dabei. Und Polen ist von der geografischen Lage her vielleicht noch viel ausgesetzter, als das Österreich der Fall ist. Also Sky Shield ist ganz sicher nicht alternativlos. Ja, mit Blick auf die Zeit muss ich Sie leider da auch kurz unterbrechen. Bitte auch kürzere Antworten, wenn das noch möglich ist. Nur festzuhalten noch, ich habe nicht gesagt, es gibt keine Verfassungsjuristen, die das anders sehen. Die meisten, die befragt werden nun mal, Sie haben jetzt eh auch andere genannt. Wobei auch zu sagen ist, dass die Verfassungsjuristen, die das beurteilt haben, noch gar nicht viel wissen, wie das Sky Shield dann einmal ausgestaltet sein wird. Also alle, wir hatten Professor Busjäger jetzt im Landesverletzten. Herr Reifenberger, ich wollte eigentlich auf eine andere Frage kommen. Und der sagt auch mit den ihm vorliegenden Impulationen, die noch sehr mangelhaft sind im Moment. Verzeihen Sie, wenn ich da nochmal unterbrochen habe. Aber ich möchte ein wichtiges Thema noch ansprechen mit Ihnen beiden. Gerne auch gleich nochmal kurz mit Ihnen, Herr Reifenberger. Es wird möglicherweise darüber zu wenig geredet, aber auch im Risikobild ist das drinnen. Da steht, es wird mit Desinformationskampagnen zur Beeinflussung der politischen Landschaft Österreichs jetzt auch im Jahr der Nationalratswahl auf jeden Fall zu rechnen sein. Sprich, im Internet werden gezielt Lügen und auch manipulierte Inhalte verbreitet, die unserer Gesellschaft schaden sollen. Was tut man denn da dagegen? Also das ist jetzt zum einen mal keine große Überraschung. Das erleben wir schon seit Jahren, dass das von verschiedensten Seiten, von mehreren Seiten ist. Was man dagegen tut sozusagen, das ist grundsätzlich einmal eher Aufgabe des Innenministeriums als des Verteidigungsministeriums. Aber ich möchte viel mehr auf die militärischen Ableitungen von diesem Risikobild hinschauen. Unsere Aufgabe als Wehrsprecher ist es ja, auf das Bundesheer zu schauen. Und hier ist zu sagen, dass wir momentan zwar einen Aufbauplan 2032 plus haben, der an sich sehr gut ist, aber die Übel liegt in der politischen Entscheidung, die dem Aufbauplan zugrunde liegt, dass hier nur auf eine reine Schutzoperation abgestellt wird und die Politik es derzeit nicht einmal versucht, eine Abwehroperation gegen konventionelle Kräfte auch leisten zu wollen. Würde man das nämlich tun, dann müsste man sagen, 55.000 Mann Mobilmachungsrahmen ist zu wenig und man müsste sagen, man braucht wieder verpflichtende Truppenübungen, also ein Milizsystem, wie es eigentlich in der Verfassung steht, so wie es früher mal war, mit sechs Monaten Grundwehrdienst am Stück und zwei Monate Milizübungen oder mehr, so wie das damals leider Gottes Minister Platter abgeschafft hat. So, Herr Reifenberger, das ist jetzt schon eine weite Kurve gewesen von der Desinformation zur Miliz. Ich probiere es bei Herrn Stöckmüller. Was wäre denn da Ihr Ansatz? Ja, also ich gebe Ihnen absolut recht. Also nicht nur Medien bauen, also gerade Parteimedien bauen irgendwelche Subkulturen auf an Medienlandschaft, sondern auch viel auf TikTok. Wir sehen hier ganz extrem viel Radikalisierung von jugendlichen Menschen, die durch TikTok in Sekundenschnelle durchswipen. Das ist schon ein Problem. Das ist etwas, was wir angreifen müssen. Da müssen wir etwas tun. Das kann zum Beispiel mit einer Resilienz von jugendlichen Menschen beginnen, dass wir ihnen aufklären. Und das hat auch mit Landesverteidigung zu tun, im weitesten Sinne, also die umfassende Landesverteidigung, wenn ich das anspreche, zum Beispiel auch die geistliche Landesverteidigung, dass wir die Menschen darauf schärfen, was ist echt, was ist fake, was ist richtig, was ist falsch. Und das beginnt bereits bei den Jugendlichen. Also das ist der Ansatz, den wir angehen bei diesem Thema. Und ich möchte es auch ganz klar benennen, was Sie für die Frage gehabt haben. Und die anderen Punkte können wir gerne besprechen, aber das ist natürlich ein großer Boden.